Und jetzt noch ein Text von Matthias Richling. In der Mitte des Jahres 1900 gaben um die Zeit der Teestunde Edmund Okasiewski, Japaner, und Malina O. Rtenus, Waschfräulein, ihre Verlobung bekannt. Aber 77 Jahre später, an einem Junimorgen erst, ehelichte der mittlerweile 92-jährige Edmund Okasiewski, Japaner, die gleichfalls mittlerweile 92-jährige Malina O. Rtenus, Waschfräulein, in der Kapelle Santa Evinia, nördlich der Schweiz, nachdem sie sich miteinander besprochen hatten.